Leila ist ne attraktive Frau. Ups, mein Titte guckt raus, du sagst nix. Wenn du mich jetzt fragen würdest, so Kim oder Leila, würde ich Leila nehmen. Oh Mann. Aber kochen kannst schon. Ja. Ich kann halt nicht kochen, ich hab nie gekocht. Ja, das musst du mal lernen. Ich hab andere gestärkt. Ich hab's schon versucht. Handwerklich kann ich alles. Ja, okay, das ist top. Ich kann alles. Also Schränke aufbauen und alles. Checkst du jetzt gerade ab für deine Masche? Hä? Checkst du jetzt gerade ab für deine Masche? Für was? Für deine Masche. Ach du Scheiße. Rede gar nicht mit mir. Ich frag dich doch mal. Und ich antworte dir nicht. Mann, das ist doch Quatsch, Mann. Wow, immer wieder dasselbe.